Auch viele ältere Menschen sind von häuslicher Gewalt betroffen, aber oftmals plagen diese Opfer Schamgefühle. Oftmals haben sie einfach schlicht Angst oder finanzielle Abhängigkeiten gefangen. Darum unser Appell, häusliche Gewalt kennt kein Alter, redet über diese Probleme, wendet an unsere Fachstelle, holt ihnen Hilfe. Und die Fachstelle häusliche Gewalt wird auch in verschiedensten Berner Quartieren präsent sein. Andererseits von Training Definition Eier 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 Und Então